Er hat schon wieder den ersten Platz! Diese Person ist nicht wie jeder andere. Er hat schon wieder die volle Punktzahl! Aber... Was für eine Person ist das? Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Nein, nein, er ist ein Rivale! Naja, ich vermute es, aber... Na gut, mein Traummann sollte sein wie... Wie Albert Einstein! Er hat die Relativitätstheorie erwiesen! Ja, ich vermute es! Ja, ich vermute es! Ja, ich vermute es! Na gut, mein Traummann wurde es!